such an komm her komm her oh mein gott bei mir steht ein jesus komm her Ich weiß nicht, ob man sich einen Papst machen kann, aber ich sag dir, wenn man sich einen Papst machen kann, dann würdest du mich sofort angreifen, wenn du mich siehst. Warum? Was bist du? Ich bin ein Transvestit. Oh, scheiß. Oh, du sitzt jetzt. Das ist kein Scherz. Ich bin ein Transvestit. Weißt du, was das Geile ist? Ich dachte, jetzt hier den heißt. Rockstar animiert die Leute ja im Endeffekt zum Cheaten, ne? Ja klar, weil die die Sachen einbauen. Genau. Ja klar. Ah, ich bin im Online-Modus. Cool. Ich starte jetzt mal hier. Achte. Jetzt ist nur die Frage, ob ich auch bei dir bin. Was? Jetzt ist nur die Frage, ob ich auch bei dir in der Lobby bin. Nein, bin ich nicht. Ist egal. Warte, ich lade dich eben ein. Moment. Ich hab dich eingeladen. Komm mal zu mir. Dein Bild. Ich seh's jetzt schon, dein Bild. Nein. Doch. Das ist so geil. Mach du dir aber auch einen anderen Charakter. Ja, okay. Musst du mir aber sagen, wie das geht. Vorher. Ja, ich bin aber jetzt schon drin. Dann muss man zurück. Abbrechen. Nein. Doch. Wie ist das denn? Das ist ein Skelettkrieger. Das ist ein Skelettkrieger. Mach dir einen anderen Charakter. Wie kann ich mich denn zu einem anderen Spieler machen? Alter, der ist lebensmüde. Pass auf, der ist lebensmüde. Der folgt mir in mein Schlafzimmer. Warte. Pass auf, der folgt mir in mein Schlafzimmer, der Typ. Okay. Wie kann ich mich denn zu einem anderen Spieler machen? Du musst hier nicht an der Ruhe gehen. Ja, und dann? In die Garderobe? Ja. Und das machte. Ich muss mich schnell resetten, damit das nicht auffällt. Warte. Ich muss mich eben resetten. Wie kann ich das denn machen? Geht nicht. Ich kann mich nicht resetten. Ich sehe jetzt immer so aus. Ich sehe immer so aus. Geht nicht. Ich kann mich nicht resetten. Scheiße. Geht nicht. Wo ist der? Der ist rausgegangen. Zum Glück. Aber weißt du was? Ich kann mich resetten. Wie denn? Guck. Du bist weg. Wieso habe ich jetzt auf einmal grüne Haare? Du hast keine grünen Haare. Bei mir habe ich grüne Haare. Du siehst normal aus. Ja, aber mit grünen Haaren. Nee. Wie hast du dich denn resetet? Ich habe mir vorher meinen Original-Skin gespeichert. Oh, scheiße. Siehst du mich? Ja, du bist ein Schwein. Du bist eine Katze. Äh? Wo bist du? Siehst du das nicht? Wo bist du, verdammt? Ich bin in deiner Wohnung. Ich sehe dich nicht. Du bist auch auf einmal unterm Boden gewesen. Ich bin so eine nackte Tussi mit Glatze. Ich sehe dich nicht. Du bist nicht hier. Ich bin ein Husky. Ich laufe als Husky durch meine Wohnung. Nee, du bist weg. Hallo? Ja? Wo bist du? Ich bin im Spiel. Du bist nicht hier. Ich bin auf einmal in meiner Wohnung. Hä? Ich kann nämlich in dein Bett gehen. Was? Mein Spiel hat sich aufgehangen. Meins? Meins. Ich habe mich gerade mal ein bisschen optisch verändert. Ich bin in einem anderen Haus. Komm zu mir. Ich bin jetzt gleich an den Eclipse-Towern, wenn du mich suchst. Also. Wo bist du? Ich meine, ich habe hier ein teurer Haus, ne? Ich. Ich reich. Wo bist du? Ja, teures Hausland. I'm on the way to Eclipse-Tower. Ach Quatsch. Hier gibt es keine Cheater in dem Spiel. Kommst du denn darauf? Wie sagt das gerade? Keine Ahnung, wie der heißt. Warum redest du mit dem? Weil der deutsch ist. Das ist witzig. Also. Hallo, Kano. Pass auf. Bleib mal stehen. Jesus. Oh mein Gott. Bei mir steht ein Jesus. Hör auf jetzt, das im Spiel zu sagen. Das ist bescheuert von dir. Danke. Fick dich. Ohne Scheiß. Ja, Digger. Komm zum Eclipse-Tower. Sie ist mein Lowrider. Sie ist mein Muscle. Äh. Was soll denn der Kindergarten-Scheiß? Willkommen, du guckst, mein Lowrider. Oh, Lowrider im Spiel. Was soll der Scheiß? Bist du behindert? Alter. Was geht denn mit dem ab? Alter, geht dem mit dem ab? Bist du rum, oder was? Dieser Typ hat mich getötet. Ich krieg das mit gerade, ja? Ja, irgendwie schon. Nur Jesus wird er nicht töten. Toll, ey. Jetzt ist mein schönes Auto kaputt. Türen sind kaputt. Ja, die Türen sind kaputt. Ja. Der kann Jesus nicht die Haare schneiden. Ey, was ist das? Hast du noch Geld? Ja. Ich auch. Naja. Der kann aber Jesus nicht die Haare schneiden, hier der Typ. Das ist ja blöd. Naja. Ich muss mich erstmal nochmal... So. Okay, ich ziehe wieder normal aus. Hallo. Schwuckte Friseur. Kannst du mir doch bitte die Haare kn... 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 schneiden? Simon, komm her! Ich bin hier gerade beim Friseur, meine Güte. Der Friseur will mich nicht bedienen, weil ich nicht schwul bin. Nee, wirklich jetzt, ohne Scheiß. Ja, pass auf, ich fahre mal eben mit dem Ding in meinen Eclipse Tower rein und dann kommt... Oh, scheiße, scheiße, da kommt ein Panzer! Da kommt ein Panzer, Mann! Alter, ist das ihm sein Ernst? Ja, das ist sein Ernst. Der hat mein persönliches Auto zerstört! Warte. Wo ist mein Heck? Ich hab den Heck noch gar nicht gestartet. Was ist dein Sinn? Ich bin in love with it! Oh mein Gott, ey. Ich lass mich erst mal ein bisschen schöner machen hier. So sieht's schon gut aus. Ja. Gerte. Augenbrauen. Sorglos, kurzig. Normal, gepflegt, beschuldet. Brauchen keine Augenbrauen? Keine Augenbrauen. Mach hin dir jetzt hier, Tunte. Komm, ist gut jetzt. Er ist tot. Ja, mein Eclipse Tower. Ich lass jetzt mein Auto reparieren. Oh, da ist schon wieder dieser Mau. Der tötet einen immer. Boah, wie lange dauert das bei der Tunte hier? Sag mir das mal. Ich hab keinen Bock mehr. Meine Güte. Schick. So, toll. Hast gut gemacht. Make-up. Auge. Keins. Warum mach ich das eigentlich jetzt gerade? Marcel? Ja? Ich will irgendwie nicht gebannt werden. Weißt du, was ich mache gerade? Was? Ich entferne mir alles. Also, ich lass mich rasieren, ich rasiere mir die Haare ab, ich mach meine Maske weg und so weiter. Du wirst schon sehen, warum gleich. Er ist auch völlig bescheuert. Also. Das war Spaß. Und du musst mich beim Friseur abholen, meine Güte. Loi. Ach, scheiße. Ja, das ist mein Cousin. Sag mal, ich muss den meinem Friseur abholen, der ist wieder betrunken. Ich soll den meinem Friseur abholen, der ist besoffen. Frag den Typ mal, ob der mitkommen möchte, mich abholen. Bist du? Kommt der mit, der Typ? Ja, pass auf. Ich ruf dann mein Auto, wenn du hier bist und dann holen wir zusammen meinen Cousin ab. Nee, ich hab das Auto noch gar nicht gerufen. Ich stehe hier vor dem Parkplatz an der Eclipse Tower. Ja, man muss übrigens mal für die YouTube-Zuschauer sagen, dass jetzt gerade mein Cousin hier, der Blödmann, der spricht gerade mit irgendeinem Vollidioten im Spiel. Ich ruf aber jetzt das Auto. Ich muss mal eben auf die Online-Optionen warten. Audio. Dialogabwärkung. Genau. Kann der mal reden, der Typ? Der redet doch. Ich höre dir nicht. Komm, wo bleibt mein Auto? Scheißmechaniker. Ich kriege ein Panzer vor der Tür. Hilfe. Help me, please. It's a tank. Hier in the hall of the door. Oh, it's a tank. You want to kill me. Please help me. Hey. Der steht hier direkt vor der Tür der Panzer. Hast du gehört? Hallo. Ja? Der steht hier vor der Tür der Panzer. Ich brauche Hilfe. Hilf mir jetzt, schnell. Wo bist du denn? Vom Friseur hier. Hilfe. Geil. Bist du da, Luca? Okay. Dann bleib mal da, wo du bist. Ich komme hier nicht raus. Hier steht ein Panzer vor der Tür. Ja, dann lass ihn machen. Der stirbt gleich. Jetzt steht er auf dem Panzer drauf. Dann setz dich doch einfach in den einen Modus da. Nee. Das ist langweilig. Ich laufe vor dem Panzer weg. Da, wenn du gestorben bist, dass du nicht getötet werden kannst. Ich laufe vor dem Panzer weg. Meine Güte. Komm, ich abholen. Ja, wenn du getötet wirst, steht da was von Passivmodus. Okay, dann kann er dich nicht mehr töten. Okay, ich höre, ich höre Granaten. Warum redest du mit mir nicht? Ich rede mit dir. Spielst du mit so einem Pisser hier im Spiel? Dann mach das. Nein, nein, ich will nur eben mit meinem Auto angeben. Da habe ich ja keinen Bock drauf, du. Also, ich bin jetzt da an der Brücke, wo du eben warst. Was redest du denn da? Meine Güte, ey. So, ich war Jesus. Weiß ich nicht, wer da redet. Deine Mutter redet zu dir wie Arsch. Arsch machen. Scheiße. Steck schnell an. Guck mal, was hier in meiner geilen Wohnung ist. Guck mal hier. Ich habe mir nämlich gedacht, ich mache aus der Wohnung eine Garage. Und habe mir einfach mal ein paar Autos reingetan. Ne? Gute Idee, oder? Ja, ey, starte. Was? Starter heißt. Nee, warte ich mal was anderes. Ach, komm, jetzt mach. So, dann komm, dann starten wir mal den Hals. Stell dich mal vor. Stell dich mal vor bei Hübscher. Hallo, ich bin der Carnox. Du bist das Gegenteil von mir so. Ich habe ein bisschen zu viel... Steroide-Folgepunkt. Steroide genommen. Mich nennt man auch gerne Hulk Hogan. Und mich nennt man, keine Ahnung. Keine Ahnung. Transen-Ding. Okay, dann start mal den letzten Hals. Tue ich. So, wir spielen jetzt weiter. Ich kann nicht mehr. Ich höre jetzt auch auf gleich. Und... Ja. Habe ich überhaupt den Hack noch? Habe ich noch laufen. So, ich werde nicht vernünftig spielen. Tut mir leid. Das ist das letzte Mal, dass ich spiele dieses Spiel jemals in meinem ganzen Leben. So. Genau. Ja. Das heißt also, ich werde das hier auch scheiße bauen. Ähm. Gucken wir mal eben. Ich werde getunte Fahrzeug nehmen am besten. Was ist denn bei der Mission? Keine Ahnung. Bring den Sinn dazu, Avi. Das ist ein Flüchtling. Soll ich lachen? Ich nehme Hakusho. Hakusho. Outfit Gorilla. Wie du aussiehst. Wie sehe ich denn aus? Leiderkopf. Und voll der hässliche Spinner. So. Okay. Erstmal Outfit ändern ganz schnell. Wie will ich aussehen? Und PC jetzt. So, wo bist du? Ich bin in meinem Auto. Du wachtest bitte auf mich, ja? Bitte. Wo bist du? Wo bist du? Ja. Ja? Ja. Okay, komm mal her. A few years ago, I told them there was Worn out out on the floor. Du bist unsichtbar. Oh, hermit like stealing food from trash cans. Talking to the trees. Churking it with squirrels type hermit. Guck mal, wo bin ich jetzt? Pass mal aus. Komm, wir machen uns absoluten. Komm, ich möchte einmal als Hund mit dir. Hier warte, als was anderes. Als, als Kuh. Komm, komm, wer ist Kuh, ja? Nein. Doch, bitte. Ich werde am Leisch. Oh, ich bin Kuh geworden. Das Spiel ist abgestürzt. So, hallo, ich bin wieder zurück. Was für Jesus. Wie Jesus. Was? Was für Jesus. Ich habe den Papst vor dir gespawnt. Verstehe ich jetzt nicht, was du meinst, aber egal. So, können wir mal loslegen, oder was? Was ist denn ein Stingray? Ich mobbe den Kratz voll. Hä? Ja. Ich stehe an meinem coolen Auto. Was? Ich habe gerade als Hund mit Tür geöffnet, aber das sah so geil aus. Der Hund auf allen Vieren macht die Tür auf. Bist du das hier, wo ich gerade hinfahre? Nein. Wo bist du? Das ist so lustig. Das ist zu laut. Meine Güte. Pass auf. Komm mal zu mir. Zum Hochhaus. Komm zum Hochhaus. Bring den Typ am besten mit. Wo bist du? Was für ein kranker Scheiß. Wo bist du? Porte dich zu mir. Was? Ich hab Panzer vor dem gespawnt. Alter, was geht hier ab? Was denn? Ich spawne hier Panzer vor dem und der wundert sich. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was denn? Mach das weg sonst höch auf mit dem Spiel. Komm mal her! Ich hab das gesagt. Ja, jetzt hat sich das wieder aufgehangen. Super, komm, jetzt ist Schluss jetzt. Mir reicht's sicher auch. Mach's gut. Hallo meine Freunde gepflegter, asozialer Unterhaltung auf YouTube. Ich bin heute alleine. Der andere Tourette-Affe ist nicht da. Das liegt daran, dass er mich verarschen wollte. Ja. Äh. Ich weiß nicht. Ich habe eben dutzende Male gesagt, ich will spielen. Und er hat nicht reagiert. Und irgendwann sehe ich, dass er die ganze Zeit am Spielen ist. Und dann wollte ich nicht mehr. Ich bin jetzt aber trotzdem im Spiel, wo er auch drin ist. Und ich hab direkt mal den Sheet angeworfen. Das Schöne ist, wir können jetzt sagen, wir gehen auf Online-Players. Selekten uns mal den Arsch. Das Arsch, die Arsch. Und ich glaub das war der, oder? Ja. Dann können wir nämlich sagen, Spectate. Wir gucken uns mal an, wo er ist. So, da ist er. Das ist der Tourette Arsch Spasti. Und ich bin mal gespannt, ob der das merkt, dass ich bei ihm bin. Da kommt's jetzt voll cool vor. Er hat sich nämlich jetzt irgendwie zig Millionen gecheatet. Und ähm. Ist halt auch cool, oder? Muss man so sagen. Muss man eben gucken, ob der Sound hier stimmt. Ich find mich verdammt nochmal, der Ton ist zu laut, aber... Machen wir einfach eins leiser. Eins reicht. So. So sollte es hoffentlich gehen. Ja. Und ähm. Was ist mein Problem? Mein Problem ist einfach, ich find das nicht nett. Also... Ne, will er auch nicht mit mir cheaten. Ja. Weil er will ja nicht gebannt werden. Aber... Cheatet sich zig Millionen und kauft sich jedes Auto und alles im Spiel. Sehr fliegen. Ja. Soll er mal schön alleine spielen. Ich werde jetzt aber mal was gucken. Wir haben nämlich so tolle Funktionen im Spiel. Im Cheat-Menü. Haha. Arschloch, ey. Ich ähm... Parastute mich mal dahin. So. Hier bin ich im Wasser. Aber ich werd nicht mit ihm reden, oder so. So. Ich werd hier einfach ein bisschen schwimmen. Lalala. So. Sehr schön. So. Jetzt geb ich ihm erstmal ein paar Tiere. Finde ich. Also ein paar Tiere hat er sich verdient. Okay. Ich überleg nur gerade welche Tiere. Ja. Oh, bist du lustig. Du bist so lustig. Du bist echt so lustig und so cool. Du Arschloch. Fotze. Egal. Ich will ja niemanden beleidigen hier. Er braucht auch nicht anrufen. Er braucht gar nicht auf die Idee zu kommen, dass ich jetzt drangehen würde. Da hab ich mich jetzt gar keinen Bock drauf. Boah, was willst du? Ähm, ich bin mal aus TeamSpeak Off, ne? Bis dann. Man hört sich. Fick deine Mutter, Arschloch. Du kannst mich mal im Arsch lecken, ey. Warum? Wie, warum? Ja, ich hab eben heiß gestartet. Du wolltest nicht. Fick dich. Echt jetzt, ohne Scheiß. Du kannst mich mal. Was hast du für ein Problem? Du hast jetzt ein Problem. Weil ich ja aus der Billig-Crew da rausgegangen bin. Ja, richtig. Nur weil ich aus der Hacker-Crew rausgegangen bin. Niemand geht aus EJN raus. Doch. Was hast du eigentlich mit den Rehen am Hut? Mit wem? Mit den Rehen hier. Was für Rehe? Die hier bei dir stehen. Hier stehen keine Rehe. Hier stehen überall Rehe. Dann hast du sie gehackt. Was? Dann hast du sie gehackt. Ja, hast du sie denn gesehen? Nein. Wie bitte? Nein. Warum nicht? Warum siehst du das nicht? Keine Ahnung. Aber weißt du was cool ist? Pass mal auf. Nicht cool. Das ist scheiße. Guck mal. Ich geh jetzt hier drauf, ne? Moment. Superman. Ich verstehe das nicht. Superman. Ich stelle hier Superman ein. Guck mal, ich springe. Pass auf. Hallo. Das fällt ja auch überhaupt nicht auf. Alter, weißt du was ich hier schon alles gemacht habe? Ich hab die ganze Stadt voller angreifender Panzer spawnen lassen und bin immer noch da. Das sehen andere Spieler dann nicht. Komischerweise hast du ja gerade meine Rentiere da auch nicht gesehen. Doch, die Panzer sehen die. Ja, warum siehst du denn meine Tiere nicht, die ich da spawnen lasse? Weil die vielleicht verbackt sind. Komm mal her. Ja. Komm mal her. Ja, ich bin hier. Ja, wo bist du denn? Ich roll hier neben dir. Hinter dir. Du rollst da unten. Nein, hier. Hinter dir. Nee. Doch. Du bist gerade tot. Du bist vor mir. Ich bin nicht tot. Du bist vor mir. Nein. Ich stehe unten am Wasser. Ja. Ist neben dir ein Neger? Nein, neben mir ist nix. Oh. Hier ist doch ein Neger bei mir. Ein Schwotter. Ähm. Afrikaner. Wo stehst du? Da stehe ich gar nicht. Jetzt stehe ich hier. Hier. Sind doch überall Schwarze. Oder nicht. Nein. Die schießen doch jetzt auf dich. Nein. Die schießen auf dich die ganze Zeit. Nein. Und jetzt? Nein. Hä? Alter, die schießen aus allen Rohren auf dich. Ich seh nix. Hier ist sogar Trevor gerade. Cool. Ich seh keinen Trevor. Da ist Trevor. Ich seh keinen Trevor. Mich knallen die ab. Komischerweise. Hahaha. Ich find das nicht mehr lustig. Ich dachte, dass andere Spieler, die diese Figuren und so sehen können. Ja, guck mal. Die hier kannst du doch sehen, oder? Ich seh jetzt gerade überhaupt nichts hier. Siehst du nicht? Siehst du nicht? Du hast die Schüsse. Was? Die laufen hinter dir her und knallen auf dich drauf, du. Nein. Doch. Ich muss doch noch sagen. Ich hör doch die ganze Zeit, wie die feuern auf dich. Klar, die stehen doch da alle und schließen auf dich. Du bist unbesiegbar. Was ist das denn? Die seh ich, die Panzer. Wir kommen hier hin. Meinst du, geht das so? Was? So, wie ich das jetzt gerade gemacht hab. Ne, ich hab ja auf dich Panzer spawnen lassen. Ja, ich hab auf dich spawnen lassen gerade. Aber egal. Ich versteh das nicht. Ich versteh nicht, was andere Spieler sehen können und was nicht und warum nicht. und so. Das ist mir irgendwie zu hoch. Guck mal hinter dir. Da, fallen Panzer runter. Ja, guck mal hinter dir. Ja, da ist voll die Hölle los. Wow. Ne, das ist nicht lustig. Kannst du den sehen? Ich seh, dass hier Sachen rumfliegen. Kannst du den sehen? Boah, ja, ich seh den, Pastor. Ne, aber ich dachte, mein Mann, was ist das so? Man kann dann andere Spieler nerven, weil, pass auf, man will ja nicht auffallen. Ja. Komm mal zu mir, dann machen wir das mal richtig. Jetzt mach den Pastor hier weg. Ich kann den nicht wegmachen. Ja, aber ich auch nicht. Doch, du musst den wegmachen können. Nein, kann ich nicht. Mach den weg jetzt. Ich kann den nicht wegmachen. Warte, vielleicht ist der jetzt weg. Du musst einfach die Taste nochmal drücken. Ist der jetzt weg? Ich hab die Taste jetzt nochmal gedrückt. Boah, dann lass das doch, wenn du weißt, dass das mein Spiel abstürzt. Ey, was soll der Quatsch? Warum machst du das bei mir und nicht bei anderen Spielern? Weil du mich gestalkt hast. Du hast dich zu mir geteleportiert. Ne, hab ich gar nicht. Ich würd nicht teleportieren, weil das ist viel zu auffällig. Ja, jetzt ist immer noch dieser Pastor-Freak hier. Aber ist ja egal. So, komm, komm mal. Das ist lustig, echt lustig. Hast du den gesehen? Ne, den hab ich nicht gesehen. Der hat mich ja nur totgefahren. Ich find das überhaupt nicht lustig. Guck mal, hier steht ein Panzer. Wo bist du denn jetzt? Da bist du. Da kann ich mal bitte richtig auf dir landen. Weißt du, was cool ist? Ich zeig dir jetzt mal was. Ähm. Ne, du sollst mir ja nix sagen. Ich will dir ja was zeigen. Aber egal. Verstehst du nicht? Pass auf. Das find ich auch so geil. Du bist das jetzt? Ja. Ich trag dich umgepackt. Jawohl. Nein, pass auf. Jetzt gehst du mal in den Spectrate-Modus. Du nimmst dir mal irgendeinen Spieler. Ich guck mal eben, wer hier von den Leuten lustig ist und irgendwie gerade Bock drauf hat. Ja, ich spektate grad nicht. Da steht, spektate mal zu Adonzi. Adonis oder so. Adonisi. Adonisi, ja. Geh mal da hin. Als spektate. Okay. Okay? So. Ja. Du siehst den jetzt. Ja. Okay. Jetzt gehst du mal... Pass auf, jetzt zeig ich... Wo ist der hin? Keine Ahnung. Der ist weg. Der ist in seinem Haus. Der hat sich selber teleportiert. Weißt du, was das heißt? Der ist ein Hacker. Ja. Hast du die Explosion gesehen? Ich hab dich gesehen. Ist der tot, nö. Egal. Wir nehmen einen anderen Spieler. Warte, warte, warte. Bleib mal bei dem. Ja, bin ich. Ja, danke. Das bist du. Was ist das denn? Da kommt einer rein. Der geht sofort wieder raus. Was ist das? Ich hab Spectator-Modus bei dem ausgemacht. Zu wem gehen wir? Weil du kannst so voll die Leute trollen. Warte. Ja, weißt du, zu wem wir gehen? Wir gehen zu dem aus meinem... Nee, nee. Wir gehen zu Smeller the First, bitte. Der ist nämlich auch ein Hacker. Der steht hier mit einem anderen Typ rum. Geh mal da hin. Smacker the First. The First, ja. Da geh ich jetzt... Da geh ich mit mich jetzt hin. Und dann sag ich Vehicles. Und dann sag ich, ähm... Nee. Bodyguards. Send Army Tank Attackers. Army Tank Attackers. Oh, ist der tot? Der ist tot. Der hat mich mit Schneebellen geworfen. Das ist mich voll der Hacker. Weißt du, siehst du das hier? Moment. Ich bin bei dem Typ. Der macht den fertig. Warte. Ich bin bei der Fresse. Ja. Ich seh's. Feuerwerk. Nein, nein. Das hier. Wie kann ich den Pastor aktivieren? Mit, ähm... Suizidbomber. Er hat sich unbesiegbar gemacht. Bei der Fresse. Ja. Ich bin bei der Fresse. Es ist ein bisschen geäußertes. Ich bin bei der Fresse. Ah, nein. Ich bin bei der Fresse. Haue dir mal vor. Objekte in die Fresse. Was ist von mir aufgehangen? Was ist denn los? Ja, du solltest nicht dabei zuschauen, wenn du Crashplayer machst. Ach so. Smell of First ist gestorben. Okay. Ich hab ihm seine Leiche bis ins Dings gepumpt. Sollen wir ihm auch mal was Geld geben? Ey, was ist das? Was denn? Ich schwebe irgendwie im Weltall, weil ich auf dir drauf hänge und du ausgelockt bist. Ich bin nicht ausgelockt. Ich bin nicht ausgelockt. Doch. Guck, ich bin nicht wieder im Leben. Doch, Alter, ich bin ja nicht mehr im Spiel drin, seh ich gerade. Nein, ich bin hier. Ey, das müsstest du sehen. Ich kann aber spektaten, kann ich immer noch Leute hier angucken. Ich ertrinke gerade. Ich bin immer noch bei Smell of First. First. Ich geb du mir sowas Geld. Ja, das ist aber ein Bug, du bist nicht mehr online. Da kam gerade eben bei mir die Nachricht, dass du offline bist. Warum ich geb du dem gerade Geldsäcke? Nein. Siehst du den? Smell of the first. Ja. Ja. Der kriegt aber wirklich Geldsäcke. Der kriegt von mir Geldsäcke geschenkt. Pass mal auf, siehst du den? Ich seh den. Okay. Der soll mit der ganze Zeit Geldsäcke von mir ein. Das ist schon fies, oder? Guck mal, wie hoch dem seine Leiche fliegt. Jetzt lasse ich mal Geldsäcke von dem regnen. Warte, wo ist es? Oh, das kriegt ja fast das Spiel zum Absturz, ey. Du bist da gerade rumgelaufen oder so, ich weiß es nicht. So kannst du Leute vollstalken. Was haben wir noch hier? Ähm, Impacting Blood Pool. Guck mal, der hat einen fitten Sack auf dem Rücken. Nee, das seh ich nicht. Digger. Der Typ jetzt hier. Ja, der Smeller. Nee, der hat nichts auf dem Rücken, tut mir leid. Geh mal bei Smeller auf You Get Piggyback. Warte. Wo ist das nochmal? Ähm, wenn du gerade da drin bist. Vehicles? Nein. Nein. Das steht ganz unten. Smeller the first damage. Damage, ja. Ja, und dann geh mal auf You Get Piggyback. Random Pet. Das steht ganz unten. Kannst du sehen? Nein. Ich aber. Du bist nicht bei dem drauf. Nee, ich auch nicht, aber ein anderer. Du musst bei You Get Piggyback und nicht bei Random Pet. Ja, aber das geht nicht, weil ich bin ja nicht mehr im Spiel. Ja, aber das sehen andere nicht. Ich hab denen jetzt auch wieder einen auf den Kopf gesetzt. Das siehst du ja nicht. Warum kann man sich nicht bewegen? Ist der gefreezt? Er ist tot. Was soll das denn? Guck mal, immer der eine Typ. Ich mach ne Explosion von dem Typ und sag, das war ein anderer. Nee. Doch, klar, kannst du auch sagen. Lässt ihn hochgehen und dann gibt's den Kill einfach einem anderen Spieler. So ein Niveau habe ich gerade eingestellt. Pass auf, nochmal. Oh. Ich wurde getötet. Er ist schon wieder tot. Aber es ist gut, weil jetzt hab ich den genug gestalkt. Jetzt nehm ich mir einen anderen Spieler. So, wer ist noch hier? Ich nehm... Warte. Ich muss gucken, ob der hier ist. Ich geh mal zu Niveau. Da ist der Niveau, da ist der. Ah. Ich sag mal Vehicle und dann sag ich Spawn Vehicle. Und dann sag ich... Planes. Dann lass ich mal so ein Flugzeug spawnen. Was war das? Das waren es nur Zeuge. Was war das? Das waren es nur Zeuge. Wenn der jetzt spawnt. Nee, nee. Ich hör jetzt erst mal auf. Das wird das bisschen zu viel. Warte. Was macht der? Der fliegt. Ich glaub, der kriegt von mir ein paar Fahrräder. Soll gut für die Gesundheit sein. Bitteschön. Du hast ein Fahrrad. Hier. Guck mal, da sind... Hä? Siehst du da die... Siehst du die Dinger? Hinter dem. Hinter dem? Ich seh da ein Typ, der dabei steht. Ja, aber hinter dem. Seh ich, ja? Warte, guck mal. Kennst du... ins Cargo bobs? Oh, warte. Nichts machen. Ich hab einen Hänger. Das ist ein bisschen zu viel, glaub ich, gerade. Oh, wow, wow. Aber ey, wieso kann ich dann kein Auto spawnen für den? Geht nicht. Ich spawn hier grad Autos, aber keine Autos da. Add Explosion Choosing Owner? Ja. Ach, komm jetzt. Pass auf, ich schenke ihm mal den Progen T20. Das ist ja voll die miese Scheiße, Mann. Das ist voll lustig, wenn du als Spectator da bist, sieht dich keiner. Du machst alles. Ey, das geht nicht, ich kann ihn keinen Progen spawnen. Warum nicht? Aber der kann noch. Ja? Ich seh dich. Echt? Ja. Weißt du wie? Wie? Man sieht deinen Namen. Wo? Einen Namen mit einem schwarzen X, also Kreis und X drin. So sieht man dich. Beim Spektator. Habe ich dich gerade so gesehen, ja? Vielleicht ist das, weil ich hier auch in der Nähe stehe. Das kann sein. Aber warum kann ich denn denn keine Autos spawnen? Dafür aber diese Flugzeuge. Ich verstehe ich das nicht. Predator Gaming hat's zum Niveau erledigt. Was ist denn, wenn ich jetzt Objektspawner nehme? Kann der das dann sehen oder nicht? Predator Gaming hat einen Doppelkill. Hey! Da ist ein UFO. Das siehst du. Das habe ich gerade über dem gespawnt, bei dem Typ hier. Ja. Das ist ein Niveau. Okay. Pass auf, das kriegt der von mir ein paar Sofas. Guck, da kann er sich drauflegen. Hier, viel Spaß auf deinen Sofas, Junge. Kippst du gerade auch Leute? Nee, ich kenn ihn nicht. Ich hab denen gerade Sofas gespawnt. Weißt du, das Schlimme ist, der, die stehen hier alle, ne? Ja. Die kriegen genau mit, was hier passiert. Und das heißt? Ich stehe auch bei denen. Du kannst ihn dir angucken. Hat der einen Bürgerstand auf dem Kopf? Guck mal. Ja! Hat der? Ja! Ich, 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 ich. Ich seh dich unsichtbar, wusstest du das? Also du stehst hier, du läufst hier rum. Der hat doch nicht einen Bürgerstand auf dem Kopf. Echt jetzt? Mein Spiel hat sich aufgehangen. Oh, schade. Das wird's gerade lustig. Ich geb ihm jetzt ein Ferris Wheel auf den Kopf. Jetzt wird's lustig, aber jetzt geh ich auch. Was? Ja. Ach so, toll. Ja man, ich muss morgen früh aufstehen. Oh ja, wir haben ja schon mal eine Uhr. Du musst ja nicht arbeiten. Ich spiel weiter alleine. Sollst du nicht heute Probe arbeiten? Äh, morgen? Nein. Warum nicht? Hab ich abgesagt! Warum? Quatsch. Geil, der läuft als Tasse rum. Wann musst du denn morgen arbeiten? Boah, früh. Ist aber doch egal. Ich find das lustig, der läuft als Tasse rum. Als Teetasse. Von Karussell. Du bist eindeutig krank. Das ist cool. Bis morgen. Ja. Ich bin morgen so gegen 9 Uhr und... Nee, dann ist zu spät. Ich spenne mich jetzt. Okay. Auf Wiedersehen. So. Wir spüren trotzdem weiter. Ich muss das Ganze hier mal beenden. Weil, wenn der jetzt nicht stirbt, hab ich ein Problem. Ähm. Und Feier. So. Okay. So. Da ist er wieder. Freiheit für ihn. Armer Kerl. Ja. Ich glaub, die haben Spaß, die Leute hier. Ich geb ihm mal ein bisschen Geld. Dann welches... Nein! Wir müssen ihn nicht wegzunehmen. Wir müssen sie wegzunehmen, schneller gehen!